hallo und herzlich willkommen bei red und campbell dies ist doch eine pfolleponktion ich werde mit red mit josie oder luffy einmal wer spielen und danach cs also viel spaß ja wir starten hier wieder in flugzeug schauen wo der blaue punkt ist wir werden uns jetzt einmal kurz ausrüsten wie immer verdrückt und danach mal schauen ob er das spiel möchte da ist einer ich brauche den könig so viel besser ist wie die vss finde ich zumindest kreier Okay, es ist Team Rose. Ich brauche nur noch eine superschöne Nahkampfwaffe, also sprich, oh, Dankeschön, hat er für mich da gelassen, er weiß was ich brauche, das ist mein Vorteil, wenn er mit Leuten spielt, mit denen man öfter spielt. Ah, da war eine Schrotflinte. Aber er ist immer so schnell. Er rennt hin, zack, loo, zack, weg. Ich muss erst mal noch gucken und überlegen. So, hier war die Schrotflinte. Okay, die geht. Jetzt haben wir einmal sozusagen das Wichtigste. Tab, unnötige Sachen raus. Und weiter geht's. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Torge. Okay. Okay. Ah, ein Rucksack Level 3. So, jetzt rede ich nochmal kurz vor. Was fehlt mir eigentlich noch? Eigentlich nichts mehr. Halt nur Torgi oder eine Maxim wäre nice. Rein schon weiter. Okay, okay. So, und hier liegt was. Wo ist er? Wo ist er? Was hat er gehabt? Okay. Ich dachte, er hätte eine bessere Schrotfinte als ich. Weil er hatte auch Munition gehabt, aber er hatte keinen Schrotfinte. Das ist vielleicht bei mir ein großer Nachteil. Ich bin immer am Gucken, am Suchen. Guck mal, hier war er auch schon gewesen. Luffy oder Red. Naja. Komm, ich renne zu ihnen hin. Zack, das geht ein bisschen schneller. Ist da einer? Naja. Nichts gesehen. Nehmen wir den Pilz einmal kurz mit. Was? Muss ich nicht immer hin und her laufen. Zack. Fertig. Bam. Das alles noch mit dem Wasser liegen gelassen hat. Nichts. 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 Okay. Okay. Die Pistole ist auch cool. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah, hat Luffy die genommen? Ah, hier. F. Zack. Juhu. Da ist ein Gegner. Warum ist denn hier ein Gegner? Ist da ein Haus drin oder? Ah, hier vampires? Ich hab das gemacht. Tau. juicy. Ich hab das. Eier. Dann mach dich. Tau. Eier. Dann mach dich. Entfergung. Du. ja irgendwie schon ein bisschen easy ich mache nicht viel obwohl ich habe schon fünf kills immerhin kann ich schon fahren immer noch nicht eingestellt scheiße und kommt einer angerannt ok Wo ist er? Ich seh nicht. Okay. Was hat der gehabt? Okay. Mal hier hochlaufen. Ach, da war die Mack. Okay. Okay. Hm. Missed. Warum hat er sich bewegt? Ich habe doch die Maus nicht bewegt. Hinten schießen noch welche? Wo sind die? Ich höre es aber ich sehe sie nicht. Da läuft einer. Ah, der ist schon hier unten. Schnell als erwartet. Ich habe jetzt gewartet bis ich runter springe, dieser. Wusste ich aber. Das wäre eigentlich ja schon. Na ja. Noch einer hier. Noch ein einziger lebt. Und? Luffy. Wo ist er? Red. Entschuldigung. Ich habe zwar keine Teure, aber ich habe einen Mack. 11 Kills. Ist das als Team oder? Nice. Gute Arbeit. Ich habe nicht. Nachricht. Perfekt. Okay. Ein Like. Und dann. Okay, wir spielen zwei Wett Royale rum. Ich möchte nicht. Ich möchte den Ball hin. Nee. Es ist ein Zwei. Ohne. Und ich möchte das weg machen. Ich lief doch mal nicht. Du kannst das weg machen. Ohne. ich bin der sprung meister ok dann geht es hier hin das wird jetzt richtig wild hier also es wird ein wilder ritt weil sehr viele jetzt hier abspringen weil wenn der blaue fleck direkt am anfang ist es gibt so viele springen sowieso ab ob wenn dann noch ein blauer fleck da ist dann geht es hier und what the fuck okay wir schauen zu probiert mich schnell wie das überleben ist wie es aussieht ich habe ihn auch mit den stern hier markiert deswegen weiß ich immer wer er ist auch wenn er seinen namen geändert hat oder das spielart sieht man das ja auch okay schöne maske hast du da auf das dauert immer so lange ich kenne das das ist ein bisschen nervig wenn er das geld noch nicht hat oh nice okay ich komme runter danke schön danke schön danke schön ja oder ach ne ich bleib bei den schrottflinte schrottflinte okay dann okay dann erst mal bisschen geld sammeln falls einer von uns widersteht Okay, 400 haben wir schon mal. Das ist doch ein Helm, Level 1 habe ich doch, nee, 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 okay, mein erster Kill? Oh, wie geht meine Maus gerade wieder nicht richtig, was ist denn das? Habe ich gerade schon beim Schießen gemerkt, die ging so langsam. Hier, das bestimmt auch noch was Schönes drin, hoffe ich. Level 3 Rucksack wäre nice. Was wir dafür gewesen wären? Gut zieh. Reparaturkiste. Hier haben wir noch D36. Ach, das ist ein Helm, Level 2. Hustung, Level 2 auch. Ach, das ist ein Helm, Level 2 auch. Oh. Oh. Okay, den ist einer lang gesprungen. Ich werde entführt. Wo bringt er mich hin? Hilfe. 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 habe ich gemerkt. Hustung, hier ist schon alles weg. Hier war schon einer. Oh, nee. So, also, ich habe immer noch ganz schlechte Russie. Ich brauche mal bessere Sachen hier. Dafür bekommt dein Auto ein. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Okay, der ist raus. Das muss hier irgendwie runtergehen. Ich hab ein Scheißgewehr. Die Auge ist auch nicht so meins. Die Schrotwinte geht ja. Der kann man ja spielen, aber... Oh, die Kingfisch. Oh ja! Die ist besser! Ja! Eine schöne Nahtkampfwaffe. Ich hab nur noch einen Scheißhelm und eine Scheißrussi. Das ist so traurig. Schießt da einer? Ein Pilz! Pilz! Den brauch ich noch! Pilz! Makern! Essen! Ich bin schon indonesisch hier. Jam, 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 jam. Sorry Josi. Das ist auch ein Pilz. Das ist auch ein Pilz! du bist immer so schnell unterwegs da warst du bestimmt auch noch nicht drin mündungsfeil ist das hat sich für mich schon gelohnt da wird geschossen da läuft ein internet weg manchmal ich wurde gekickt ich wurde gekickt bitte lass mich doch gewonnen haben das dauert jetzt so eine ewigkeit bis dahin ich werde verbunden lebe ich doch lebe ich doch ich hoffe ich stehe geblieben weil ich ein autolauf geradeaus ich weiß jetzt ja super das war wohl nichts na gut ok dann war es das für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du beim nächsten Mal dabei seid bis dann habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020